Wiener Berger Baufachtag 2013 im Wiener Odeon Theater drehte sich alles um Bauen im urbanen Bereich. Im Zuge der Podiumsdiskussion Anforderungen an den Wohnraum, Baustoffe sowie Bauwesen im urbanen Wohnbau der Zukunft wurde das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Wiener Berger punktet hier vor allem durch einen holistischen Ansatz. Wiener Berger stellt sich heute gesamthaft dem Thema Bauern der Zukunft. Das heißt, wir sprechen nicht nur darüber, sondern wir bieten Lösungsansätze, was Produkte betrifft, was Systeme betrifft, ob die jetzt im Bau eines Einfamilienhauses auszulegen sind oder auch im urbanen Bauern. Das heißt, wir sehen das Bauern als solches gesamthaft. Wir haben Wandlösungen, wir haben Dachlösungen, aber auch Infrastrukturlösungen, was die Wasserversorgung, Entsorgung oder das Element der Flächenverfestigung betrifft. Das heißt, ein gesamthaftes Bild des Bauerns der Zukunft. Die Stadt Wien will dabei künftig von einer Großstadt zu einer großartigen Stadt werden. Der Schlüssel dazu ist die sogenannte Smart City. Die Smartness liegt jetzt darin, verschiedene Systeme, verschiedene Welten, wenn Sie so wollen, miteinander zu verschmelzen, zu überlappen, abzustimmen, aufeinander einzulassen. Und das alles vor dem Hintergrund, dass wir für 2050 ein Ziel haben. Und das heißt, klingt auch wieder recht einfach höchste Lebensqualität bei minimalem Ressourceneinsatz bzw. Ressourcenverbrauch. Dazu haben wir eine Rahmenstrategie. Gerade in Ausarbeitung haben wir vier Kernthemen in der Rahmenstrategie. Die Stichworte sind alle schon gefallen. Energie, Gebäude, Mobilität und Infrastruktur. Und das Ganze überlagert mit sechs Impulsgebern, wenn man so will, die da heißen Bildung, FDI, Umwelt, Gesundheit, Wirtschaft und soziale Inklusion. Neben einem ambitionierten Plan für die Zukunft benötigt es auch die entsprechenden Produkte für ein wohngesundes, urbanes Bauen. Was ist aus Sicht des Mediziners dabei wichtig? Ich werde oft gefragt zu Produkten. Und da ist es mir wirklich wesentlich. Erstens, man muss sich immer um Produkte kümmern, die geprüft sind. Egal, ob es jetzt der Baustoff ist, bis hin zu bestimmten Anstrichen oder Einrichtungsgegenständen. Das Zweite ist, dass man tatsächlich danach trachten müsste, wenn es darum geht, um globale und um Weitsicht, dass man Produkte nützt und kauft, die halt nicht irgendwo weit weg produziert worden sind. Das hat natürlich auch andere Vorteile wie kurze Strecken und die heimischen und die lokalen Ressourcen zu nützen. Für städtisches Bauen, so etwa auch für das Wien der Zukunft, kann Wiener Berger mit konkreten Produkten aufwarten. Für das städtische Bauen, also Lückenverbauung insbesondere in Wien, haben wir jetzt mit unserer Mineralwolle verfüllten Ziegeln eine ideale Lösung. Schlanke Warnkonstruktionen mit der innenliegenden Wärmedämmung. Brauchen wir außen weniger Zusatzdämmung, können damit mehr Nettonutzfläche für den Bauträger schaffen, was ein wirtschaftlicher Vorteil ist. Und auf der anderen Seite haben wir mit unseren Fertigteillösungen, die wir gemeinsam mit der Firma Walzer und Ewa gerade im Großraum wie in Niederösterreich anbieten, optimale wirtschaftliche Lösungen für das Bauen im urbanen Bereich.